Südpol, das ist eigentlich die Idee, die große Herausforderung, die Landschaft zu sehen, das ist nichts einfach. Das ist nichts einfach, die Landschaft zu sehen. Wo man rein, mit einer Eiswüste dahin marschiert, man sieht einen Hügel, einen Hügel, man, das ist, das ist, das ist, das ist Ende. Und dann gehen sie wieder weiter, und dann gehen sie wieder weiter, und dann gehen sie wieder weiter. Genau das macht das Ost, da unterschält sich das Wöse, und ganz weit weg von einander, die riechst niemand, was sonst, riechst niemand, was sonst. Mön, ein eigener Ort, ein Ziel hin, das ist das, mit dem, den, den Südpol erwischt, uhraligams, Südpol erwischt, uhraligams. Mön, ein eigener Ort, ein Ziel hin, das ist das, mit dem, den, den Südpol erwischt, uhraligams, Südpol erwischt. Und, uhraligams, ein Abenteuer, was eigentlich fast unmöglich ist. Wir fahre, wir fahre, wir fahre.